Hallo und willkommen zu Gagswold. Heute zeige ich euch ein bisschen was vom Bruder, weil die Bruderwelt braucht noch eine Bank. Und das hier ist noch für unseren Krankenwagen. Und jetzt machen wir das erste Mal aus. Was sind jetzt die Sachen, die dabei sind? Ich zeige euch mal alles in Einzelschrittern. Wenn ich die Sachen nochmal von der Frau abgemacht habe. Das hier sind die ganzen drei Verbande. Kopfverband, der Armverband und der Fußverband. Die kann man natürlich auch in die Frau dran machen. Das ist eine ganz normale Bruderfrau. Das hier ist der Sanitäter. Ist auch eine ganz normale Bruderfigur. Und noch die Sachen für den Sanitäter. Die Sanitäterbox zum Beispiel. Die Sachen gehören noch dazu. Das sind die Spitze für die Frau. Das hier kommt jetzt da rein. So und jetzt öffnen wir die Frau. Die Hauptsache, es ist alles dabei. Wir müssen dabei noch ein bisschen sortieren. Da fehlt ein Räubern. Okay, hier sind jetzt viele aufgelaufen. So. Okay. Hör auf mit dem Quatsch. Du sollst. Da raus. Also wir werden das einfach mal so machen. Die sind so total schwer dran. Boah. Hu. Du sollst. Mach ab. Bambi. Du sollst es nicht. Oh. Oh. Coatsch. Du sollst. Gut, drinnen sind sie jetzt. Das ist schon mal hoch. Jetzt guck ich mal, wie das Teil da drin ist. Nee, nee. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Ich werde einfach da trafieren und spüren. Hey. Okay, ich bin hier damit. Ah, hey. Okay, wie ist das gemacht? Das ist eben anders. Das ist eben in der Hand. Jetzt kommt das noch auf die andere Seite. So, zack. Papa, das wird unsere neue Bank. Auf jeden Fall wird das einmal eine Bank sein. Da. Musik Hierinya dem Baum Leute wieder Was sagt er den alten Bank Gebäuden dann greifen ? Was sagt man zu dem alten Bank Gebäude braun. Musik 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 Musik